Dieses Video wurde mit dem Sony Xperia Z2 im 4K-Modus aufgenommen. Für die Darstellung auf unserer Webseite wurde es auf 1280 x 720 Pixel herunterskaliert. Beim Schwenk durch den Heisepark kann man erkennen, wie gut die Kamera Bewegungen aufnimmt. Die Aufnahmen im Dunkeln zeigen vor allem, wie schnell sich der Autofokus auf ein neues Objekt einstellen kann und wie stark die Kamera im Dunkeln rauscht. Untertitelung des ZDF, 2020